Hallo und herzlich willkommen zur Coffee Lecture, so schreibt sich die Arbeit fast von selbst. Mein Name ist Jola Meierhofer, ich bin in der Bibliothek beschäftigt und ich werde Ihnen heute einen kurzen Einblick in die Literaturverwaltungsprogramme Zedavi und Mendeley geben. Zuerst möchte ich aber die Frage klären, wozu brauche ich ein Literaturverwaltungsprogramm überhaupt? Literaturverwaltungsprogramme unterstützen beim wissenschaftlichen Arbeiten. Sie erleichtern das systematische Sammeln und Ordnen von Literatur nachweisen und helfen beim korrekten Zitieren sowie bei der Erstellung von Literaturverzeichnissen. Kurz gesagt, man spart sich viel Zeit und Nerven. Wir schauen uns heute Zedavi in der Desktop-Version und im Mendeley Wefens Manager genauer an. Beide sind in der Campus-Lizenz der TU Graz enthalten. Der Download erfolgt auf der Website des jeweiligen Anbieters. Nach dem Download erstellen Sie einen Zedavi- oder Mendeley-Account mit Ihrer TU Graz E-Mail-Adresse. Wir starten mit Zedavi und schauen uns zuerst kurz die Oberfläche an. Zedavi klädert sich in drei Programmbereiche Literatur, Wissen und Aufgaben. Die einzelnen Programmbereiche unterteilen sich in drei Spalten. Links befindet sich immer der Navigationsbereich, in der Mitte der Bearbeitungsbereich und rechts die Vorschau- bzw. Schnellhilfe. Für den Datenimport in die Projektdatei gibt es verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit ist es, die bibliografischen Angaben manuell einzugeben. Dafür klickt man auf Titel Plus, wählt den gewünschten Dokumententyp aus und startet mit der manuellen Eingabe. Aus diesen ausgefüllten Feldern baut Zedavi dann das Zitat im gewünschten Zitierstil zusammen. Weitere Möglichkeiten sind der Metadatenimport über ISBN oder DOI, der PDF-Import oder der Web-Import mit Hilfe des Zedavi-Pickers. Die Funktionsweise des Pickers schauen wir uns kurz in der Library Search an. Ich suche in der Library Search nach dem Begriff Sustainable Construction and Austria und erhalte folgende Ergebnisse. Oben rechts in der Menüleiste des Browsers klicke ich auf das Zedavi-Symbol, um den Picker zu aktivieren. Der Picker erkennt bei Datenbanken und Websites die Referenzen und ich kann auswählen, welche Titel ich in meine Projektdatei übernehmen möchte. Wenn ich einen einzelnen Titel geöffnet habe, kann ich auf das Zedavi-Picker-Symbol neben der DOI oder der ISBN klicken und der Titel wird in meine Datenbank importiert. Eine zweite Möglichkeit für Web-Importe ist der RIS- oder BIP-TECH-Export. Dafür markiere ich meine gewünschten Titel, klicke auf Export und wähle das RIS- oder BIP-TECH-Format aus. Über die Import-Funktion in Zedavi importiere ich das gewünschte Format. Die übernommenen Daten muss ich aber immer genauer überprüfen. Jetzt habe ich schon ein paar Referenzen in meiner Datenbank gesammelt und möchte diese nun genauer bearbeiten. Dafür eröffnen wir ein verknüpftes PDF in der Vollansicht. In den verknüpften PDF-Dateien kann ich direkt Wissenselemente wie Zitate oder Kommentare erstellen. Ich markiere eine Textstelle und definiere diese als wörtliches oder indirektes Zitat, verfasse dazu einen Kommentar oder erstelle eine Zusammenfassung. Ich wähle in diesem Fall wörtliches Zitat aus und definiere eine Kernaussage. Zusätzlich kann ich auch Bild-Zitate erstellen. Diese eignen sich besonders für Abbildungen wie beispielsweise Grafiken oder Tabellen. Alle Wissenselemente, die ich in PDFs erstelle, kann ich in Word einfügen. Dazu später mehr. Das Besondere an Zedavi ist, dass es neben der klassischen Literaturverwaltung eine Wissensorganisation von gesammelten Zitaten und Ideen sowie eine Aufgabenplanung für die Selbstorganisation bietet. Dafür schauen wir noch kurz in den Reiter Wissen von Zedavi. Hier stehe ich alle Wissenselemente, die ich in den verknüpften PDFs erstellt habe. Ideen, die nicht einzelnen Titeln zugeordnet werden, kann ich hier ebenfalls aufnehmen. Zusätzlich habe ich hier die Möglichkeit, eine Gliederung der Arbeit anzulegen und die Referenzen sowie die gesammelten Zitate den einzelnen Kapiteln zuzuordnen. Die Aufgabenplanung kann ich nutzen, um mich selbst und die nötigen Arbeitsschritte für meine Arbeit zu organisieren. Ich kann allgemeine Aufgaben, aber auch Aufgaben für einzelne Titel erstellen. Beispielsweise möchte ich diesen Titel in der Bibliothek entlehnen oder das Literaturverzeichnis auswerten. Zusätzlich kann ich einen Zeitrahmen festlegen oder Aufgaben anderen Teammitgliedern zuweisen. Ich habe nun schon einige Referenzen gesammelt und möchte diese in Word verwenden. Dafür wechsle ich in Word. Das Zedavi-Plugin in Word befindet sich im Reiter Zedavi. In der Seitenliste habe ich Zugriff auf meine Sammlung aus Literaturnachweisen, Zitaten und Ideen. Der aktuell eingestellte Zitierstil ist APA. Hier handelt es sich um einen Zitierstil, der die Quellennachweise im Text und nicht in den Fußnoten anführt. Mit nur einem Klick füge ich an der gewünschten Stelle meinen Verweis ein. Beispielsweise habe ich in diesem Absatz Textstellen aus Obrecht The World of Electricity Mix zitiert. Ich setze den Cursor am Ende des Absatzes, wähle die Referenz Obrecht aus und klicke auf Mitoptionen einfügen. Ich trage die Seitenzeile 842 ein und eventuell noch das Präfix Vergleiche plus ein Leerzeichen. So, jetzt habe ich meinen Verweis im APA Zedierstil eingefügt. Das Literaturverzeichnis wird automatisch am Ende des Dokuments eingefügt und aktualisiert sich, sobald ein neuer Verweis im Text eingefügt wird. Mache ich von der Wissensorganisation umfangreich Gebrauch, so kann ich einen ersten Rohentwurf der Arbeit erstellen. Ich kann die Gliederung der Arbeit einfügen oder auch gleich die gesammelten Wissenselemente. Diese Funktion nimmt vielleicht dem einen oder anderen die Angst vor dem leeren weißen Blatt. Dafür gehe ich zum Reiter Wissen, rechtsklick auf die Kategorie Best Practice Examples, Kategorien und Wissenselemente einfügen. Jetzt habe ich alle meine Kapitel und die Wissenselemente eingefügt und kann meinen Text weiter bearbeiten. Auch eine nachträgliche Änderung des Zedierstils ist kein Problem. Dafür suche ich mir den gewünschten Zedierstil raus, zum Beispiel IEEE und klicke auf Aktualisieren. Die Verweise und das Literaturverzeichnis aktualisieren sich dann automatisch. In diesem Fall sehe ich es hier bei Page. IEEE ist ein englischer Zedierstil und verwendet den Begriff Page anstatt Seite. Jetzt schauen wir uns noch Mendeley im Vergleich an. Wie auch in Zedawi gliedert sich die Oberfläche in Mendeley in drei Spalten. Links befindet sich der Navigationsbereich, in der Mitte die gesammelten Referenzen und rechts öffnet sich nach Auswahl der Referenz das Info-Panel. Im Navigationsbereich haben wir Smart Collections. Diese erstellen sich automatisch, wie beispielsweise Favorites. Darin befinden sich dann alle Referenzen, die ich mit einem Stern markiert habe. Weiter unten befinden sich die Custom Collections. Diese muss man manuell anlegen. Beispielsweise kann man eine Struktur in Form von Kapiteln anlegen und einzelne Referenzen diesen Kapiteln zuordnen. Der Import funktioniert ähnlich wie in Zedawi. Referenzen können manuell oder mittels Identifier, zum Beispiel der DOE, eingefügt werden. PDF-Import und RIS-Import ist ebenfalls möglich. Das Äquivalent zum Zedawi-Picker ist bei Mendeley der Web-Importer. Dieser funktioniert ähnlich. Wir probieren den Web-Importer wieder in der Library Search aus. Der Web-Importer befindet sich im Browser oben rechts. Nach Aktivierung erkennt der Web-Importer die einzelnen Referenzen. Ich wähle die gewünschten aus und importiere sie in Mendeley. In den angehängten PDFs kann ich einzelne Textstellen markieren oder Kommentare hinzufügen. Dafür öffne ich das PDF, erstelle eine Markierung oder füge einen Kommentar hinzu. Die Kommentare scheinen dann im Info-Panel unter Annotations auf. Möchte man Zitate oder Gedanken PDF-übergreifend erstellen, empfiehlt sich die Verwendung des Notebooks. Es ist möglich, mehrere Notebooks anzulegen und die Markierungen aus den PDFs direkt mit Rechtsklick als Zitat aufzunehmen. Die Wissensorganisation in Mendeley hat im Vergleich zu Zedawi nicht so viele Funktionen. Ich kann Wissenselemente in Mendeley nur sammeln, aber nicht über das Site-ID in einem Wort importieren. Aber es ist möglich, Tags, also Schlagwörter, den einzelnen Referenzen zuzuordnen. Nach diesem Tags kann ich dann auch suchen bzw. filtern. Die Zusammenarbeit im Team ist in Mendeley unkompliziert. Ich kann schnell und einfach eine Gruppe erstellen und TeilnehmerInnen per Mail dazu einladen. Mehrere Personen können in einem PDF-Markierungen oder Kommentare erstellen und ich sehe dann, wer welchen Kommentar erstellt hat. Ich habe nun einige Titel gesammelt und möchte meine Arbeit in Word fortsetzen. Dafür wechsle ich wieder zu Word. Das Mendeley-Site-Add-In lässt sich über den Office-Store eröffnen oder man lädt es sich über die Webseite von Mendeley herunter. Das Add-In befindet sich dann unter Referenzen. Von der Funktionsweise ist es dem Citavi-Add-In ähnlich. Als erstes wähle ich einen Zitierstil aus. Wie hier zum Beispiel den Zitierstil Chicago Manual. Standardmäßig sind nur 10 Zitierstile verfügbar, aber man kann auf weitere 8000 zugreifen, wenn nötig. Nehmen wir nun an, ich habe in diesen Absatzteile aus The Role of Electricity Mix zitiert und möchte nun den Verweis einfügen. Den Cursor setze ich am Ende des Absatzes. Ich klicke auf Obrecht, ergänze dir die Seitenzahl 842 und den Präfixvergleich und klicke dann auf Insert Citation. Das Literaturverzeichnis erstellt sich nicht automatisch. Ich muss es für die drei Punkte in CertBibliography manuell einfügen. Zum Abschluss möchte ich die beiden Programme nochmal kurz gegenüberstellen. Citavi bietet, wie man in der Demo gesehen hat, einen großen Funktionsumfang. Das erfordert natürlich aber auch eine gewisse Einarbeitungszeit und vielleicht werden gar nicht so viele Funktionen benötigt. Eine Besonderheit von Citavi ist die Möglichkeit der Wissensorganisation und der Aufgabenplanung. Business-Elemente können strukturiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Zusätzlich unterstützt die Aufgabenplanung den Arbeitsprozess. Für Mac und Linux Nutzerinnen gibt es keine Desktop-Version. Diese können Sie da wie nur in der Web-Variante mit eingeschränkten Funktionen nutzen oder sie installieren dafür die Anwendung Parallels. Eine sogenannte virtuelle Maschine für die Simulation einer Windows-Umgebung. Mendeley hingegen ist mit allen Betriebssystemen kompatibel und ermöglicht dadurch die Zusammenarbeit. Beispielsweise können PDFs in Gruppen bearbeitet werden. Der neue Web-Version Manager ist aber noch in der Entwicklungsphase und bietet bis jetzt noch nicht alle Funktionen des ehemaligen Desktop-Programms. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welches Literaturverwaltungsprogramm für Sie geeignet ist, kann ich nur den Software-Vergleich der Theon München und des Club Dresden empfehlen. Da sind noch weitere Software-Lösungen im Detail vorgestellt. Zu Citavi & Mendeley finden Sie im Web viele Informationsunterlagen und Tutorials. Schauen Sie dazu am besten auf die Webseite des jeweiligen Anbieters. Ich hoffe, ich habe mit dieser Demo die Vorteile der Verwendung eines Literaturverwaltungsprogramms gut hervorheben können. Vielen Dank!